Laura Neute holt WM Titel im Monobob Und damit wir kommen zu einer erneuten Ausgabe Kurznachrichten Laura Neute hat bei der Monobob Weltmeisterschaft in Winterberg Gold geholt Die Lokalmatadorin von BSC Winterberg gewann am Sonntag nach 4 Läufen mit 3 Minuten 54 vor der Amerikanerin Elena Myers Taylor die 0,18 Sekunden Rückstand hatte Die nach dem ersten Tag in Führung liegende Lisa Bukwitz holte mit 0,23 Sekunden Abstand zum Neute die Bronze Medaille